Guncast, Episode 13. Und wieder habe ich eine Frage bekommen, das läuft ja hier wie geschmiert. Sie kommt von Damian. Moin moin, ich wollte dich mal fragen, was deiner Meinung nach ein Verein an Gebühren erheben darf, schräger sollte. Ich suche gerade nach einem Verein und einer, der mir zusagt, will fast 300 Euro Jahresgebühr haben, mit der Begründung 200 mögliche Tradingsterminen anzubieten. In Klammern, an allen könnte ich gar nicht teilnehmen. Und Leihwaffen, die umsonst wären. Und zum anderen kannst du eine Schießbrille für Brillenträger empfehlen, die man vielleicht über der normalen Brille tragen kann. Danke im Voraus und Kompliment für die Videos. Gruß, Mr. Schmidt. Nun, Damian, die Frage nach den Vereinsbeiträgen, die ist nicht wirklich so einfach zu beantworten. Denn es hängen sehr, sehr viele Faktoren davon ab, die einen Mitgliedsbeitrag sich zusammenstellen lassen. Es kommt in erster Instanz natürlich darauf an, welche laufenden Kosten und in welcher Höhe hat denn ein Verein. Hat er eigene Räumlichkeiten? Ist er irgendwo eingemietet, was vielleicht relativ viel Geld kostet aufgrund der Standgegebenheiten? Ich nehme das mal als Beispiel bei uns. Wir zahlen, da wir eingemietet sind als eingetragener Verein in einer Schießanlage, in einem anderen Verein, zahlen wir roundabout 190 Euro. Nehmen wir mal aufgerundet 200 Euro. So, das bedeutet, wenn ich 10 Mitglieder habe, kannst du dir ausrechnen, wie viel Beitrag ich im Monat von diesen Mitgliedern einziehen muss, um den Break-Even zu bekommen. Das bedeutet, bei 10 Mitgliedern und knapp 200 Euro im Monat feste kalkulierbare Ausgaben in Höhe von 200 Euro, muss ich von jedem Mitglied im Monat 20 Euro einkassieren, damit ich 0 auf 0 rauskomme. Damit habe ich jetzt einen Überschuss von vielleicht 8 Euro generiert, weil die zahlen 192, 194 Euro, irgendwas in der Richtung. Hat ein Verein, wie die meisten Traditionsvereine, eigene Vereinsräumlichkeiten, haben die natürlich auch laufende Kosten. Sie haben Grundsteuer, Wasser, Strom und so weiter. Heizkosten, die in der Regel nicht gerade zu unterschätzen sind, gerade weil es ein unbewohntes Gebäude ist und relativ viel unbewohnt beheizt wird. Zumindest mal rudimentär, damit die Leitungen nicht einfrieren. Das darf man nicht vergessen. Ich sage mal, der Betrag 300 Euro, den du genannt hast, klingt auf den ersten Blick recht viel. Aber wenn du ihn runterbrichst auf einen Monat, sage ich dir ganz ehrlich, ist das nicht wirklich so viel. Ja, es ist mehr als das, was wir zum Beispiel von unseren Mitgliedern einziehen. Über 25 Euro vielleicht, die du im Monat bezahlst. Aber du hast dann auch die Möglichkeit, wie er geschrieben hat, ob du so wahrnimmst oder nicht, spielt keine Rolle. Du hast die Möglichkeit, bis zu, was waren es, 200 Schießtermine wahrzunehmen. Das ist sehr viel, wenn man es so sieht. Ich meine, du bist zwar 220, 230 Tage im Jahr auf der Arbeit, 30 Tage weniger kannst du schießen gehen. Sieh es mal so von der Seite. Deshalb, ich kann dir gar nicht sagen, was tatsächlich jetzt ein fairer, richtiger Beitrag ist, weil einfach die Rahmenbedingungen passen müssen. Und man sollte nicht immer alles in der Beziehung mit Geld aufwiegen, sondern man muss gucken, passt die Chemie, passt die Umgebung? Ist das, was dieser Verein anbietet, das Geld überhaupt wert? Das muss ich mal gucken. Habe ich einen Verein, bei dem ich relativ viel Beitrag zahle, aber ich kann nur 25 Meter statisch schießen? Vielleicht habe ich noch eine 100 Meter Bahn, aber ich bin vielleicht eingeschränkt eine Anzahl Schüsse, die ich abgeben kann und, 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 und. Also, von daher, die Rahmenbedingungen müssen passen. Gefällt euch mein Kanal? Gefällt euch Guncast? Habt ihr auch eine Frage? Hey, schickt sie mir, resi.gunner.googlemail.com Besucht mich auf meiner Facebook-Seite, facebook.com, Deutsch schützen Guncast. Aber abonniert bitte auch meinen YouTube-Kanal. ... ... ... ...